...die Tiere gibt. Also bitte hol einen Kammerjäger. Womöglich, nur womöglich, ist ein Profi da erfolgreich, wo ein Idiot gescheitert ist. Würde dir gefallen, was? Du holst einen Profi, der fängt sie in ein paar Sekunden und ich sehe dabei alt aus und sehr blöd. Ja, dir und der Maus würde das richtig gut gefallen. Das hört nichts, ich habe noch nicht alle Karten ausgespielt. Ich bin runtergegangen und habe nur so getan, als würde ich alle Fallen entfernen. Aber da ist noch eine, eine Megafalle mit einem schönen, saftigen Stückchen Käse. Und die schnappt nicht nur mit ein bisschen Druck zu und lässt ihr Zeit noch abzuhauen. Nein, diese greift sich den ganzen Körper der Maus und lässt ihn nicht mehr los. Ich habe es selbst ausprobiert. Das ist das, was dich von den anderen unterscheidet, Al. Ein durchschnittlicher Joe hätte es mit dem Stock gemacht. Ruhe, ich höre etwas. Du dummer Hund! Ah, Schatz, hör zu. Du hast es versucht. Du hast alles gemacht, aber du bist einfach nicht clever genug. Also bitte hol einen Kammerjäger. Es braucht ja keiner wissen. Wir könnten ja jedem sagen, du hast sie gefangen. Was hältst du da? Naja. Hm, was ist das? Sie kaut an was, Al. Sie kaut immer an was. Also was sagst du? Dad? Dad! Die Maus hat die Grähte durchgenagt. Sie sage, Peg. Ich sage, halte dich fest. Denn jetzt dreht dich der Maus in den Arsch! Lachen!